Das wär auch ne nette Schleuse Die Convenience Store könnten wir auch mal wieder spielen Jetzt wo es jetzt sagt Vielleicht haben wir hier eine gesündere Alternative Sind die Schulpusse in den USA wirklich so massiv, also so riesig? Kommt mir ein bisschen sehr übertrieben vor, oder? Oder wir sind halt sehr klein, das kann natürlich auch sein Das ist die Sache, Mia Ich weiß, dass du nicht so sehen kannst, aber ich manchmal denke, dass du Glück bist Du hast so viel Freiheit Ich bin endlich wieder auf dem Weg Aber als ich das Baby hatte, war es so, dass meine Karriera getrennt wurde von einem Bus Ich habe einfach direkt durch den Weg Das war's für mich Anyway... Thanks for coming with me I... Needed a break Huh Good thing the security's on I wonder how... Oh, hast du ein Feier, oder? Bio-Energy-Drinks, oder? Ja Dann hat sie wohl einen Feierer gehabt, das ist sie doch, ne? Garantiert Oder eine Feiererung Oh, toll Keine Ah Scheint über Windows zu laufen Willi-Go Aber gut, es hat ja geklappt, ne? Der Blue Screen hat die Tür geöffnet Ding Dong Ah Hier ist meine Entrance Bitte funktionieren Schauen wir mal bei so einem Team mit den Quatschig Ja Ja Natürlich, wir sind einfach zu fett, wir fangen da nicht durch So Gut, das hat es ja auch gleich geöffnet Negativ Please work. Hmm, dieser sieht nicht so aus, wie es online ist. Hmm, dachte ich mir schon. So, schneid dich nicht. Adiob. Oh, was haben wir denn hier? Better make sure. Jetzt ist es super desinfektiv. So, ähm, dann... Was soll denn? Was soll denn? Mhm. Ach, Liam. Ach, Liam, okay. Okay, das scheint wohl Alarm auszulösen, könnte ich mir jetzt vorstellen, die Lichtschranken. Ich meine, wenn Kinder da ist, dann was soll's, ne? Wollen wir mal? Können wir, können wir speichern? Nee, wir können nur den Kontrollpunkt erstatten. Das Spiel speichert ja automatisch. Warte grad, da sitzt jetzt jemand. Wurde schon sagen, ey, wir sind die denn. Bin zurück. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Hier geht's wahrscheinlich weiter? Nee. So nimmt's noch nicht. Oh. Den Wagen brauchen wir wohl gleich. Oder wir brauchen den jetzt. Okay. Nur... Ah. Brief. Wie lange die Woche vergangen, die mich, äh... in der Gesundheit, die er brauchte. Okay. Eine schöne Handschrift übrigens, ne? Wir können hier die Wagen nehmen, aber was hast du damit vor? Wir können dann allgemein mitnehmen. Können wir damit hier gegen die Tür rasen, dass die aufgeht? Müssen wir wohl mitnehmen? Das ist nur die Frage, was wir brauchen. Aha. Alles, tja. Okay. 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 Sieht nach einer recht simplen Software aus. Wahrscheinlich nicht, aber... Human-Sobjekte. Für mich. Okay, alles überprüft. Was hat ihr denn? Oh, was ist das? Gute Frage. Es ist das Virus. Einfach mal mutiert, oder? Ach, da steht er doch. Der lässt ihm dieses Modell fallen, ne? So, ich guck jetzt hier aber erstmal. Don't forget the lights turn off automatically. I know, I have a backup. Promise me you'll at least go home to sleep. Yep, sure I will. A backup light. Mhm. Notfall-Licht. Hm. Ah, das scheint zu funktionieren. Das hab ich mir schon, oder was der doch immer war. Hab ich mir schon fast gedacht. Vielleicht bin ich doch nicht so ein Dumm, wie ich denke. Nicht ganz ernst. Ah, es ist alles über den Platz hier. Haben wir eine Attention-Lampe? Können wir die einfach anlechten? Attention! CE-certified PPE is required in this area. Inform your supervisor immediately, if you do not have personal protective equipment. There we go. Wenn wir jetzt zurückgehen, bildet sich das dann auch wieder zurück, oder? Ja. Meine kleine Wurst traut. Weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ey, 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 weg von dir. Ekelhaften. Können wir wahrscheinlich nicht berühren, diese Arme hier ansehen, oder? Wir sehen hier alle zu komisch. Warum? Das finde ich nicht in Ordnung. Okay. Das würde ich jetzt mal vermuten, dass wir hier rein müssen. Die Taschenlampe ist ja nicht schlecht. Kann man auf dem Plan leeren. Tut mir leid. Nichts. Nichts. Okay, müssen wir mal wieder den Strom anmachen. Klick. Okay, so kann man halt an. So. Ah, warte, 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 warte. Ja. Warte. Hier ist das Tier noch nicht richtig. Da muss das hier eher... Da muss das hier eher... So. Dann kann ich das Ding nehmen, nehme ich hier, also den Scheinwerfer auf das Tier richten. Ja. Ja. Dann haben wir jetzt nächstes Mal die Tür. So. Weil ich bin doch kein dumm. Ja. 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 Das ist okay. Das ist okay. Einige Türen gehen automatisch, andere Musik öffnen. was hier auch immer ausgebrochen ist welche krankheit virus oder was auch immer zumindest hatten sie anscheinend keine probleme mit der stromversorgung also zumindest scheint jetzt die frage ist für uns wichtig das sieht verdächtig aus noch was noch jemand der sich schlecht ernährt oder zu viel arbeitet nicht ausreichend oder nicht gesund genug ist ich glaube ich habe den code geändert muss nach hause gehen um dich auszubauen ich habe dir morgen einen code bitte pass auf dich auf nett schon etwas vor würde damit bleistift extrem sind die mutation hier sieht aus wie das virus selber hat sie halt auseinandergenommen haben quasi diese spikes und so weiter die protein spikes also weiß ich glaube ich nicht also ich habe davon überhaupt keine ahnung davon abgesehen von hier die von hier kommen dort geändert hier sind nicht das ist der ding aber habe ich hier irgendwie nennweise 71 prozent 46 2 es sind ja 23 zeilen wir brauchen vier und so gut hier ein hinweis sein es 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 Das war's für heute. hier stand auch nichts drauf hier war auch nicht im blatt papier selber kann ich jetzt auch nichts erkennen sieht aus wie ein kaffee fleck der darauf verschmiert wurde hier ist noch eine schublade hier ach so 0052 vielleicht ist eigentlich auch gut für mich ist gut weil ein bisschen schwieriger und ich werde nicht drauf wie kommt was hast du denn so aus auf dem was ich war nicht geschafft das wird jetzt so komisch denn sehen hier manchmal so wie jetzt wenn wir betrübt sind durch diese pflanze war doch immer das ich bin noch nicht überzeugt wir können ein paar testen nein es ist sehr früh für das sie macht diese leipte von logik die sind fancifull am besten besides wenn wir meine finanzation auf oh hi mia ja ich glaube sie hörte ja das ist okay ich sage das gleiche zu ihr sieh ich 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 erste pflänzchen ich glaube da war nicht richtig deswegen müssen wir zu hinstellen so viel auf jeden fall ist hier anscheinend nicht besonders schwer natürlich ist persönlichen